Ich brauche Tapetenwitzel, sprach die Birke und macht sich in der Burg auf den Weg. Ich brauche frische Blut und meine Kursche. Ich will nicht mehr in euren Lied, in eurem Einstehen, die gleiche Wiese sehen. Die Sonne nimmt uns ab morgen abends rechts. Ich brauche Tapetenwitzel, sprach die Birke und macht sich in der Dämmung auf den Weg. Ein Blitz verfehlte sie um 20 Zentimeter und auf dem Flugplatz war sie erst nach Länge gefahren. Zwei Doppel folgte mir um Astesbreite und kurz nach zwölf Topsi ein Buchenpaar. Ich brauche Tapetenwitzel, sprach die Birke und macht sich in der Dämmung auf den Weg. Die eine sprach, sie haben hier nichts zu suchen, sowas wie sie hat nicht einmal Lest. Sie wurde gelb verärgert und wird's auch schon herbst werden, wenn zwei Flughafen langsam ins Geäst. Ich brauche Tapetenwitzel, sprach die Birke und macht sich in der Dämmung auf den Weg. Jetzt war's das Bein, traf sie im Augenschimmer gleich an der Schranke, als der Dämmung kam. Und als Komode dachte sie noch immer, wie schön es doch ein Birkenheide war. Ich brauche Tapetenwitzel, sprach die Birke und macht sich in der Dämmung auf den Weg. Ich brauche tapeten Wechsel, sprach die Birke und macht sich in der Demburg auf den Weg. Ich weiß, dass sie sich in der Beschreibung nicht mehr machen können, aber den Alfons nennt sich der Nowak. Ich habe einen Mann, den viele möchtet, der immer mich bewährt vor allen Schlechten. Ein jeder kennt den Novak, ist sein Name, ihm danklich ist das heute nicht eine Dame, ob angezogen oder also nackt, der Novak hat am ganzen einen Charakter. Ich hätte schon längst ein böses Ende genommen, aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Ich hätte an vielen Dingen mein Vergnügen, ich möchte so gerne in der Kusse liegen. Ich möchte einmal sinnlos nicht besaufen, ich möchte mit einem freundlichen Rauchen, ich möchte einmal mit einer tollen Frau rauchen. Ich möchte mit einer tollen Frau rauchen, ich habe mir das schon alles vorgenommen, aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Ich möchte mit einer tollen Frau rauchen, ich möchte mit einer tollen Frau rauchen, ich möchte mit einer tollen Frau rauchen. Ich möchte mit einer tollen Frau rauchen, ich möchte mit einer tollen Frau rauchen, ich möchte mit einer tollen Frau rauchen, ich möchte mit einer tollen Frau rauchen. Der Novak ist zwar einerseits ein Segen, doch andererseits lässt er mich nicht bewegen. Da stand ein Inselrat in einer Zeitung, er sucht von einem Nachmittlokal die Leitung. Ein nettes Mädchen, brav mit Entenwesen, das nettert von Ehren und Käse. Den Posten er sofort, ich angenommen, aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Den Posten er sofort, ich angenommen, aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Vielen Dank.